einen wunderschönen guten tag wünsche ich euch willkommen zurück zu warrock fast daneben ja ich freue mich erstmal über die ganzen kommentare aus dem letzten video ich finde das interessant dass doch noch ein paar dudes dabei sind die nicht nur zu gucken sondern auch spielen aber ich sehe das heute jetzt auch schon wieder es ist ein samstag nachmittag und es ist echt wenig los so wenig zu früher ist das hier gerade im witz boah das ist hier wieder so ein richtiger clusterfuck ey so ein richtiger clusterfuck ist das hoi hast du da sind das erste furcht Oh nein! Oh nein! Das gibt's nicht. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Eine Kackidee die dieses Spiel in die Farmers! L8 vielleicht besser? Was ist denn hier los gerade mit meinem Telefon? Tollosen Sachen hier! Oh nein! Einfach nur Gematsche! Also Rusty Nails Bleib ich da hängen Ich verstehe halt nicht warum die Leute in sowas reinjoinen Also warum die meisten Leute dann in solche Räume reinjoinen Wie Rusty Nails 16a Das ist doch so sinnvoll Kratzen Einfach rein heim Oh nein! Ahhhh! Ohhhh! Oh nein! 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 Das ist so bescheuert einmal Das ist so bescheuert einmal Oh nein! Oh nein! Oh shit, das reicht echt noch Oh shit, das reicht noch Boah, das ist aber echt anstrengend, muss ich echt fahren, junge, junge, junge So die geile Startrunde ist, fuck, über dich Brauchst halt nicht, wenn du fast nichts anderes antreten außer der Farmers, ne? Ist das halt ein bisschen lächerlich Oder sowas wie eine M60, ist natürlich ein Argument Oh man Boah, der Kempz ist sehr gut, aber das ist so richtig Das ist ja normal Oh mein Gott Alter Schwede Dann geht er da weg, gerade ein Arsch, ey Ja, das war eine harte Aufklärung, ne? Aber hoffen, dass wir noch ein paar andere geilere Räume finden, hier Junge, Junge, Junge Oh, wieder Bubblehead, ne? Ja, das ist ja gar nichts anderes als, to where we can't block Und immer nur so Das ist die Auswahl, ist halt, ne? Nicht da Aber gut, so ist das Let's not beschwer us Let's not beschwer us Let's not beschwer us Die Details Da haben wir mal ein bisschen Späck geschossen Toll Oh man, ich war doch hinter der Wand Die ist aber auch nicht gut, die TMP9, ne? Iwi So, schreibe ich jetzt erstmal nichts zu Ach, schreibe ich doch was zu Nein, warum schreibe ich Ja Oh Das war nicht so Das hört's nicht so näher an, so, oder? Das gibt es nicht, Alter Was war das gerade für ein Soundbog? Oh, das ist nice Nice Das ist immer scheiße, wenn ich Spielen und schreiben muss Was 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 Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht Oh shit Ja Unangenehm Oh, jetzt haben wir verloren Ja, ich bedanke mich für die netten Kommentare, aber ich musste jetzt erstmal ein Video machen Ist auch wieder, aber haben wir spielen können Net C geschickt Habt ihr Ich weiß, irgendwas hast du mir geschickt Ich bedanke mich dafür Ich wurde gekickt Ja, dann will ich mal eine normale Runde spielen Und dann geht das nicht Hier, ah Gott wollte es so Als ob Ah, so viel Waffen, ne Wunderbar Alles klar Ah So, konzentratziere Konzentratziere, konzentratziere Was ist hier Eine Freundschaftsanfrage hat der mir geschickt Ja, das kann gut sein Was ist hier Was ist hier Woh! Und dann ist das Woh! 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 Junge, 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 Alter. Leute, hier sind alle echt anstrengend und hier jeder fragt. Danke. Nein! 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 Schwierig ist das, wenn jeder hier fragt. Das ist ein Trian. Nein! Oh, ist der Fix. Ach, der hat doch bestimmt schon wieder so einen dummen Stamina Stick, ey. Das ist hier so ein Kackteil. Das ist 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 ein Kackteil. Oh Also irgendwie Irgendwie da kann ich sie nicht finden Soll ich die nicht finden die Leute Schwierig Also Also Das, ich versteh es manchmal nicht, dass man die nicht trifft, das riecht mich doch schon, oh, 3% Ja, wir belassen es dabei, ähm, schön, dass ihr eingeschaltet habt, wir sehen uns das nächste Mal, peace and out Bis zum nächsten Mal.